Und hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Die Händler sind noch da. Meine Jungs und Mädels sind hier am Schlafen. Und jetzt geht's wieder ran an den Speck. Erst mal frühstücken, jawohl ja. Kann ich nicht noch schlachten hier auf der Schlachtbank? Warte mal. Aufgaben hinzufügen, Kreaturschlachten. Machen wir mal 25. Und Trockenfutter will ich auch noch. Kannst du nochmal auf 25 machen erst mal. Oder machen wir 50, lieber 50. Das ist blöd, dass das immer der Reihe nach abgearbeitet wird hier, finde ich ein bisschen. Und erst dann was anderes gemacht wird, anstatt dass wenn das Material aus ist, man dann eher was anderes macht oder so. Das wäre dann einiges besser. Strom wäre langsam ein bisschen schön, weil dann wird das alles ein bisschen besser gehen hier. Aber da ich hier noch Steine habe, wie bleibe ich denn hier noch in der Menge, ne? 75 Jahre, das könnte heute dauern. Was ist das schwere Zusammenbruchsterei? Wieso? Was ist los? Abscheulicher Schlafsaal, leichte Schmerzen, in Dunkelheit. Zurückgewiesen versendet. Oh man, unansehnliche Umgebung. Hier Mauser, du machst mal sauber. Was geht's für mich hier? Da ist echt so viel Dreck und Müll hier, das gibt's doch gar nicht. Hat er nicht weggemacht? Hat er doch weggemacht? Ich weiß es nicht. Ähm, könnte ich das denn noch besser machen bei... bei Sarai? Die Stimmung ist natürlich im Keller, ne? Gestörter Schlafdurch, Nest, in Hitze geschlafen. Ja, wir müssen... ich muss unbedingt Strom herankriegen. Das heißt, ich muss eigentlich gucken, dass du nicht weiter baust dann. Das ist blöd, dass man nicht sagen kann, geh forschen erstmal jetzt hier und mach dann erst das fertig. Das finde ich ein bisschen doof. Aber naja. So, Sek, du musst dir erstmal das Zeug ansammeln. Und das mal alles weg hier. Hab ich eigentlich irgendwen, der... Da kann ich nur Kartoffeln essen jetzt, sobald du da beschäftigt bist du hast? Ja, geht grad nicht. Oder ist kein Platz mehr im Lager? Das kann auch sein, das Lager ist voll. Maus hat schlechte Laune, das ist auch nicht gut. Was ist mit dir los? Schäulicher Schlafsaal. Ja, ich muss es besser bauen, ne? Ich müsste Schlafsäle haben. Wo baue ich die denn am besten mal hin? Hier irgendwo, ne? Die Frage ist, kann ich das hier wegnehmen? Wie sieht es bei dir aus? Kört sich da eigentlich einer um dich? Bedürfnisse? Nahrung. Oh, da ist ja keiner am... Füttern. Musst du leider machen, Sarai. Das tut mir leid. Der muss was futtern hier, weil ich hab keine Lust, dass der mich hier verreckt. Nahrung ist voll. Ne, das ist bei Sarai. Bei dir ist auch okay, okay. Gut, gut, gut. Koche einfach mal Zeit. Boah, da hast du alles durchgekocht jetzt hier? Tatsache. Dann mach ich erst andere Dinge. Wenn wir 50 Mahlzeiten jetzt haben, hier ist es okay. Steht hier irgendwo... Ne, das ist Trockenfutter. Apropos Trockenfutter. Wie sieht denn das Trockenfutter hier unten aus? Ist das noch gut? Ja, mehr oder weniger, ne? Achso, ich hab keinen Platz mehr im Lager. Das ist jetzt doof. Das Lager ist zu klein. Ähm... Ja, wie mach ich denn das dann? Baue ich das nach hinten aus jetzt einfach hier, oder? Hm, ich bräuchte ein neues Gebäude. Wenn ich das hier ein bisschen begerade gehe, könnte ich hier Gebäude hinsetzen. Das wäre gar nicht schlecht. Warte mal. Wieso? Das muss noch weg. Okay. Müsste Sektor nochmal ran. Und da Uranader dran? Echt? Wieviel hab ich denn noch einen Stein? Nein, es ist noch so viel Stein da, das gibt's gar nicht. Ne, Mauser, hör mal auf damit. Hör mal auf damit, Mauser. Du musst was anderes machen. Du musst, ähm... Was machst du denn am besten? Du räumst das... Nee, das Essen kannst du nicht wegräumen, weil geht nicht. Was kann er denn? Feuerwehr, kochen, schmieden, Handwerk. Machen wir Handwerk. Hinzufügen. Äh, kleine Skulptur. Mach mal... Keine Ahnung, 20 Stück. So. Das Problem ist nur, du machst trotzdem Dinges, ne? Schneidern, schmieden, Handwerk. Fäckert ein Dings geht auch kaputt, ne? Das verrottet hier, ja. Das heißt, ich brauch dringend ein Gebäude. Oder ich mach's hier rein, das geht auch, warte mal. Lager da mal, provisorisch. Stoffe ein. Das heißt, das geht alles raus, raus, raus. Ruhstoffe... Pflanzenmasse... Pflanzenmasse... Hergestellt... Textilien... Textilien, ne? Ja. Das raus, das raus, das raus, das raus, weg, weg, weg. Gegenstände auch raus. Dass das hier verschwindet. Ähm... Mauser, mach das jetzt mal hier. Räum mal die Sachen weg. Äh, wieso kann ich an den Stoff nicht ran? Wieso komme ich an den Stoff nicht ran? Kann Stoff nicht zusammenlegen, kein Stapel zum hinzufügen. What? Ich hoffe, das Zeug wird gebracht. Warum ist das eigentlich hier so klein? Das irritiert mich. Ist das anderer Stoff oder was? Bin mir jetzt nicht sicher. Da wird gerade neu angebaut. Ich brauche auf jeden Fall mehr Platz. Säk pflanzt schon wieder an. Der ist denn eigentlich bergbaummäßig noch gut? Keiner mehr, ne? Oder? Bergbau... Ne, das ist nur Säk hier, der Einzige. Ihr seid nicht zu gebrauchen für Bergbau, das ist schlecht. Kannst du hier ein bisschen was abrasieren? Du bist da ziemlich langsam eigentlich noch, ne? Gucken wir mal. Ich würde das hier gerne weg haben, dann mache ich hier nämlich eine Hütte hin. Jetzt machst du schon was anderes. Du sollst eigentlich hier weitermachen. Das ist echt nur Rana, oder? Krass. Sarai, ja. Ich muss da echt dran arbeiten. Jetzt bin ich gerade überlegen, oder baue ich hier irgendwie noch was ran? Aber hier ist schlecht, weil hier ist ja nachher das Geothermikraftwerk. Ich könnte hier vielleicht dran bauen, wenn ich das Feld hier oben hin mache. Warte mal. Ich würde gerne ein Feld machen, was brachlich geht. Geht sowas? Kann man sowas machen? Zwölf mal zwölf. Und... Ausblenden? Nein. Pflanzen. Erlaube auszahlen. Wenn deaktiviert werden, die Kolonisten in dieser Zone nichts mehr anpflanzen. Sie werden die Ernte aber noch einholen. Gut. Das müsst ihr hier machen, ne? Oh. Kann man das Feld irgendwie anklicken? Nein, da komme ich nicht dran jetzt, ne? Das ist aber... Okay. Da... Das wird nicht mehr ausgesät, aber dann gemacht. Gut. Das wird freigemacht. Und dann könnte ich hier tatsächlich dann noch was hinbauen. Ist natürlich doof, weil hier eine Außenwand ist. Ähm. Oder ich lasse ein bisschen Luft. Strukturen. Gute Frage, warte mal. Wie kann ich denn hier... Äh... Statusanzeige... Nein, Statusanzeige war das nicht. Was war denn das? Aussehensanzeige? Nein, auch nicht. Oder? Doch. Minus 14, weil es so dreckig ist. Okay, das ist 1. Minus 19, wow. Das ist 1 und 3. Schön hat es 0,4. Ist jetzt nicht so schön. Minus 8,5. Minus 2,3. Wow. Ähm. Gute Frage, aussehen. Was könnte ich denn da machen? Ich würde sagen, ich müsste erstmal irgendwas machen und muss dann später gucken, was ich da hinsetze. Stahl. Kalkstein habe ich, glaube ich, noch eine. Uran würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Was? Pan ist an der Uhr. Ups. Ich glaube, da habe ich ihn vergessen. Das ist jetzt aber doof, dass sich da auch keiner drum gekümmert hat, ne? Habe ich das hier nicht drin? Warte mal. Ähm. Schalt bitte hier den Gefangene freilassen. Arzt behandeln. Verpflegen. Patienten mit dringenden Bedürfnissen behandeln, selbst behandeln, Patienten füttern, ne? Das müsste eigentlich Sarei machen. Warum macht denn das keiner? Ich habe da keine Fähigkeiten für, das hätte Sarei machen müssen. Das raffe ich nicht. Der ist priorisiert auf Bauen. Deswegen hast du das nicht gemacht, oder was? Das dürfte aber normalerweise nicht sein. Ha. Also viel dazu. Ich habe das zwar gerettet, aber da habe ich ihn doch sterben lassen. Das ist jetzt doof. So funktioniert das auf jeden Fall nicht. Oh, ich kriege langsam Stoffe hier. Sehr gut. Ähm. Ja, wie mache ich denn das? Die Stoffe müssten eigentlich mal weggetragen werden, ne? Kann ich die hier nicht... Doch. Die verrotten hier aber alle. Das ist aber ein bisschen doof. Kann ich die nicht wegräumen? Ja. Ach ne, das müsste ich eigentlich wegräumen können, ne? Warte mal, muss ich gleich mal gucken. Ne, ich kann den hier anklinken. Ja, warum nicht? Kein Stapel zum Hinzufü... Was ist denn das für ein Bug gerade? Den Stoff kann ich tragen, aber den ich gekauft habe für teuer gelten nicht. Das ist jetzt aber doof. Ähm. Warte mal, das muss ich hier ändern. Kann ich die Eigenschaften ändern? Da. Rohstoffe. Und zwar... Ne, Rohstoffe waren das nicht. Das waren... Textilien hier. Und zwar... Textilien nein. Und hier... Textilien ja. Okay. Dann sollte hoffentlich alles darüber geschafft werden. Hoffe ich mal. Sicher bin ich mir nicht. Maus ist auch gerade dabei, noch das wegzuräumen. Sarai ist wieder am Arbeiten in der Forschung. Das ist gut. Langsam, aber stetig. Ein Fehlgeschlagen mit Mauser ist nicht ganz so gut, oder? Ich dachte, Mauser wäre ganz gut. Aber irgendwie nicht. Hm, komisch. Merkwürdig. Eine vernünftige Küche muss ich auf jeden Fall noch bauen. Und einen größeren Lagerplatz brauche ich. Bis wohin geht das Ganze? Bis da. Das heißt, ich könnte hier eine Mauer ziehen. Da lang. Vorratskapsel. Das nehme ich alles mit. Wenn ich das denn mitnehmen kann. So. Das ist nämlich alles Zeug, was man gebrauchen kann. Vor allem, wenn es umsonst ist, immer mitnehmen. Wenn ich den Platz hätte. Ich brauche auf jeden Fall mehr Platz. Ich brauche ein überdachtes Lager. Hier muss ein Gebäude hin. Aber erstmal mache ich die Forschung jetzt fertig, damit ich hier nichts kriege. Da muss ich gerade arbeiten. Erstmal. Die Mauer ist fertig. Die Mauer ist fertig. Mauern sind fertig. Wow. Das ist alles Metall. Alles Stahl. Krass. Und Zach ist hier am Pflanzen noch. Naja. Lagerplatz brauche ich. Das ist wichtig. Ich bin gerade überlegen, wie ich das am geschicktesten baue. Lasse ich hier Luft zwischen? Ja, könnte ich eigentlich, ne? Wäre, glaube ich, gar nicht so blöde. Muffalo, eins, drei, drei, fünf. Okay. Wie gesagt, wir essen natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja, essen muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Platz schaffen. So, jetzt gehen gleich wieder alle pennen, weil es schon wieder Abend ist, ne? Ich hoffe, dass Sarai noch fertig wird damit. Ist gerade nicht sehr viel los, muss ich zugeben. Das tut mir leid. Aber ich hoffe, in der nächsten Episode geht es etwas Aufregenderes. Mal schauen. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.